Ah, ich baue mich halt bei mir. Verdammte Axt! Sturmsoldat Level 5! Was macht ihr denn da? In was für einer bescheuerten Bule ist er denn jetzt drinne hier? Ich bin sowas von tot. Ah, ich sag doch, ich bin sowas von tot. Oh mein Gott. Ich will bei ihm spawnen. Er tötet Zigarre einfach mal alle. Achtung, wir verlieren Zielberta. Oh nein. Oh nein. Alter, der hat da gekämmt und hat mich dann einfach mal erstochen. Warum? Oh, er ist immer noch da in dem Raum. Was macht er denn da? Mhm. Dieser Sektor ist verloren. Okay, nice. Blöd Mann. Verbarrikadiert die Stellung in diesen Sektor. Machen wir. Ich will da hoch. Da oben war doch auch immer unbeschützt, oder? Gäste. Ja. Du hast den Sektor verteidigen. Oh ohne Witz der Balle einfacher ist la 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 stop mal das ist mir hier gerade blödsinn da oben ist ein ist eine Flak ja ist ja gut ich kehre ja schon gut da oben june da oben ja 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 Flikaden, da kann ich mal auf ne G'schieses Ich will kein Truppführer sein Ich will den Flugzeug umschlafen Ein Flugzeug umschlafen Ich will Alter, jetzt kommt Jetzt wo ich nicht am Flak sitze Kommt wieder ein Flugzeug Wo ist es denn jetzt hin? Wo ist denn das Flugzeug? Entschuldigung Ich kann doch nicht alles bedienen hier mal Oh 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 Ich hab mich getroffen Verdammte Axt Nein, da will ich aber nicht spawnen Ich will weiter außen spawnen Da hinten, irgendwo da Ja Ist aber nicht weit genug Da wo will ich Da rüber Bam Okay Okay Unsere Verteidigung hat den britischen Vorstoß für den Moment aufgehalten Aber so leicht werden sie nicht aufgehen Aber so leicht werden sie nicht aufgehen Wir werden einen strategischen Rückzug einleiten, um uns von den Bergen aus zu verteidigen Dort werden wir standhaft bleiben Ja, werden wir das Mmh Dann die Sorte Oh 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 nein Oh Ne Ich will das nicht nehmen Ja War ein Anschlag Ich werde mal wieder bauen So Bauen Jan Wurde Ich will mich jetzt gelangen Hört Wie bitte sind sie kamen da rüber locker Ich nehme Ihre Befehle Von Wotsch. Der Schorsch, 22. Hallo, es kommt schon. Ich will schießen. Ich will zu hinten geschützt. Bitte. Ja, no Forrest. Wir haben den ersten feindlichen Soldaten eliminiert. Für was? Ich bin hier ganz alleine. Oh mein Gott. Ich bin hier. Ja, ich bin hier draußen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. 1 Das ist so weit. Wir haben Ziel Dora verloren. Alter, sie waren über mich rum. Was soll ich tun? Kann ich ihm beitreten? Ich will mal irgendeinem beitreten. Irgendwem, der fliegt. Ich kann nicht fliehen. Da soll ich mal fliegen. Oh! Ich bin abgesprungen! Ich bin tot! Ich kann nicht fliegen, man. Fliegen in die Scheiße drin. Ich bin tot. Bäm! Pfandschlucht! Was? Warum? Wenn wir um! Guck mal! Guck mal los von! Bitte, hallo! Granate geworfen! An alle Einheiten! Zielwerter ist losverlust! Der Emil gehört jetzt uns! Alter! Verdammte Angst! Ich hab ihn ja auch nur komplett zerfetzt! Das ist eine gute Unterbringung! Ich werde ihn nicht ablaufen! Ja! Stark! Wann auch der K bog! Wann auch der Karte? Deshalb! Garnt! Erste Hilfe für dich! Untertitelung im Auftrag Achtung Nein, nein! Toll. Ich wollte eigentlich mal beim Spanen. Mal Spanen. So, dann werde ich mir jetzt mal die Flugzolle vornehmen, die hier mal landen. Komm her. Oh Gott, ich bin so müde. Warum bin ich da so müde? Wir haben ja er politique für ein Fahrzeugtolle. Ich kauze mal was hier zu sehen. Mö er funktioniert. I kh take these transportev alen. x Schade, er hat so gut hier hingeloppt, oder? Wie es aussieht, haben wir eigentlich mal alle Ziele verloren. Was ist das? Ja, ich bin Emile aufbaut. Komm schon, lass sie hier hin! Lass sie hier hin! Lass sie hier hin! Oh mein Gott! Ich treffe ihn nur ganz. Ich treffe ihn nur ganz. Sie sind hier hin! Sie sind hier hin! Ich treffe ihn dir! Ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Ah, nee. Ich höre immer was, wir sind Körner, wo sind sie? Die Hälfte ist geschafft, die haben da nichts. Ich habe gerade keine Lust, ich bleibe einfach hier drin sitzen. Ich bin nur ein, der wir sind. Oh, ich bin nur ein. Bähm, ich bin nur ein. Oh man, ich muss mal schnell ein paar Nachrichten nebenbei schreiben. Oh, was ist das? Oh nein! Alles unsere! Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Au, auf dem zum Beispiel. Nein, ich gucke nicht mehr. Das sind alles unsere Flugzeuge in der Lüften. Mein Gott. So. 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 So weit scheinen wir definitiv zu haben. Alles andere nicht so. 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 So.